Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 3 Gold Edition. Wir spielen die römische Kampagne Mission 7. Ramadamses ist Geschichte. Er weiß es nur noch nicht. Er hängt sich an Zutang, weil er glaubt, dieser würde ihm aus Dankbarkeit helfen. Dieser Narr. Falls Zutang mich besiegt, wird der Ramadamses hinwegwischen wie eine lästige Fliege. So, also wir sind hier. Das heißt, wir können uns im Norden ausbreiten, im Süden kommen dann die Asiaten und da die Römer. Äh, nicht Römer, was sage ich da denn da? Die Ägypter. So, weiter. Ein bisschen Musik an und so, schicken wir mal Soldaten hin und her. Das können wir dann auch nebendran machen. So. Sorgen wir für ein bisschen Holz. Zack. 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 Rechensweise. Ne, komm. Da können wir auch noch abbauen. So, das Forsthaus ist hier. Das sind Diebe. Äh, so. Wir geben Gas. Wir wollen eine funktionsfähige Ökonomie. Zack. Mal irgendwas anderes schon bauen. Ne, brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, das sind meine Soldaten, die ich hab. Hier waren doch gerade noch Diebe. Da waren Diebe. Gucken wir mal nach dem Gegner. So, die lass ich mal hier. Die packe ich mal da her. Hier her. Das hier ist auch erstmal wichtig. Einen. Habe ich irgendwo jemanden? Da. Einen, der hier mal die Verbindung macht. So. So. Und so. eine davon davon eigentlich zwei erst mal nur eine mit ausrufezeichen dann natürlich hier oben haben reisen schmelz da hätte ich auch gerne zwei nehmen wir hier noch ein bisschen mehr land ein dazu da ist einer da ist einer da ist einer so der turm ist besetzt den turm brauche ich nicht da kriegt man material super sucht du mal du kannst auch suchen und du kannst hier auch suchen so wir haben einmal kohle und gold landeinnehmen hatte ich ganz vergessen reisen das ist wieder schwefel hier jetzt hatte ich beinahe meine flasche umgeschmissen das ist auch immer super so wir wollten da reisen ach so da ist jetzt kohle und gold gemischt was hat es denn hier da könnte man nämlich auch was hinstellen such ist ein guter und so da ist ein weg jetzt durch ein geologe hat kohle gefunden sehr schön ach so ja kohle wollte ich ja eh okay da unten ist mehr kohle äh gold so das gebäude ist fertig das gute sache so da ist die gold schmelze dazwischen turm eisenschmelze kaserne waffenschmiede noch mal eine waffenschmiede warenverteilung die waffenschmiede bekommt auch kohle das passt kohlerei soll auch was bekommen passt 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 und natürlich die hier ich glaube ein doppelklick ist hier am effektivsten da wäre ein super standort für eine goldmine okay dann bauen wir da eine goldmine da sind die gegner dann ziehen wir unsere leute dahin au eisen das wäre eine schöne eisenmine na oder auch nicht so ganz aber ist okay da fehlt stein warum fehlt da so viel stein auch weil ich die nicht auf wichtig gesetzt hatte da kann man gut kohle bauen zack und ich habe keine prio mehr sein übrig heißt ich kann nichts mehr auf prio stellen so der soll erstmal stoppen ich brauche erstmal nichts von dem da hinten wäre eigentlich auch gut wenn man da einen weg durch hätte was soll da mal hin gucken wir mal da bauen die gerade was bauen ein lazarett das werden sie hoffentlich auch brauchen gegen mich ja da bleiben wir jetzt mal weg aber ihr könnt mal hier stehen bleiben dann habe ich da meine speer sucht du auch mal da war sie reisen okay ich habe noch keine nahrung oh man ja klar dann fehlt das natürlich jetzt alles da wäre platz für wasser und ein bäcker super und getreide hier oben dann irgendwo kann ich das hier anbauen hallo irgendwas muss von der prio runter da die kohleminne hier der steinbruch ist erstmal wichtiger da gebe ich dir recht lieber geologie ne festung ne noch nicht spielen wir mal ein bisschen auf riskant ich glaube nicht dass der mich jetzt angreift oder der mich machen kohle haben wir da okay wo kommen denn die ganze leute hier her so mal hier die kohle einnehmen ich habe da mit noch ein So, da haben wir auch Gold, ja gut, Gold haben wir da, Eisen haben wir da, müssen es nur noch aus dem Boden holen, da nochmal Turm hin, und ich würde hier schon gerne irgendwo einen großen Tempel hinbauen, oder hinten rein, das fühlt sich irgendwie falsch an. Aber ist ja wurscht, Hauptsache wir kriegen hier noch ein bisschen mehr Land, so die Fischerhütte ist auch erstmal wichtig hier eigentlich, da können wir auch noch Köhler bauen, da ist eigentlich auch ein Hamm, mit dem Hand, so, Leidenschaft oder was auch immer, hier, irgendwas ist auf Prio, was nicht auf Prio gehört, Goldschmelze, hier, das können wir nämlich fertig bauen. Nehmen wir mal bitte weiter hier drüben Land ein, und hier, hier, so, Eisen hat sie, Kohle kommt noch. Fischerhütte ist auch erstmal wichtig, wäre gut, wenn wir die fertig kriegen. Was ist denn hier, da ist doch auch schon ganz viel hergeliefert, fehlen nur noch Steine, was fehlt hier? die Priorität. Zack. Treidefarm, da wollte ich doch noch, ja gut, eigentlich kann ich die schon hier hinstellen. So. Jetzt soll die ruhig mal hier mehr Land einnehmen, da wo Steine sind. So, ich will auf jeden Fall 5, 2 und 3 sind 5, ja, nochmal 2 sind 7 Bögen erstmal. So planieren können sie so viel sie wollen, der Turm hier ist fertig, dann baut ihn doch auch fertig. Die Baustelle ist auch fertig, habe ich hier noch irgendwo eine Mine? Ne, ok. Da baue ich nochmal eine Kohlemine hin, zack, das macht der fertig. Dem fehlt hier noch ein Förster. Packen wir so hin. Prio, dann wird auch fertig gebaut. Und da haben wir jetzt Platz für Getreide, Schweine und Schlachter. Prio, Prio, Prio. Genau. So. Damit sind die mit Essen versorgt. Schmelze, habe ich eine, dann könnte ich eine zweite dazu packen. Wäre gar nicht schlecht, denke ich. Vielleicht auch nochmal ein Häuschen. Ja gut, er ist gerade eins fertig geworden, aber trotzdem sind wir da schon mal ein bisschen vorbereitet. Mach du mal hier den Durchgang bitte. So. Es fehlt ein Bretter, dem fehlt Holz. Tja. Ich weiß nicht, welcher wichtiger ist. Die sollen das Material ruhig verbauen, wenn sie schon da rumstehen. Hey. Da genauso. Material ist schon da. Kann man ja schon mal ein Teil was davon bauen. Oder? Also, so sehe ich das jedenfalls. Okay, der Gegner will sich auch noch nicht ausbreiten. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Ich versuche hier so eine, irgendwie so eine Turmlinie oder sowas zu bauen. So. Türme sind erstmal wichtiger da. Die Fischhütte vergesse ich immer. Mensch. Fisch. So. Der Fisch. Im Niederländischen. Hab da auch was gelernt. Glaub ich zwar nicht, dass ihr bei mir viel lernt, aber hey. Immerhin. Da fehlt auch noch ein Stein eigentlich. Wir haben einen Bogenschützen. Das ist der erste, ne? Super. Ich fände es cool, wenn man da irgendwie so einen Sammelpunkt festlegen könnte. Ich glaube, das kann man im nächsten Siedlertal. Im Siedler 4. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sein. So. Da ist der Bogenschütze. Da ist der nächste. Den bitte auch voll machen. So. Vielen Bretter, Bretter. Überall fehlen Bretter. Na dann. Jetzt brauche ich für den natürlich auch noch dann diese Lage. Ich habe sie wieder vergessen. Nicht mehr wichtig. Hier wichtig. Da ist auch alles an Material da. Dann bauen wir hier unten nochmal einen Turm. Ja. So ein Dreieck aus Türmen. Mit einer Burg dazu. Warum nicht? Wir haben mehr das Material da. Bald jedenfalls. Dürfte nicht zu lange dauern. Die wird fertig gebaut. Das ist super. Dann haben wir nämlich hier auch mehr Material. Einfach mal hier runter schicken. Auch da runter mit dir. Haben wir denn überhaupt noch keinen Wein? Schade eigentlich. Ich dachte wir hätten irgendwie schon Wein oder sowas besorgt. Mach du mal bitte da hinten weiter. Hier. Da können wir nämlich dann Lunch gewinnen. So. Da unten war Kohle, wenn ich richtig im Kopf habe. Die Burg ist nicht so wichtig. Die Türme sind es erstmal. Dann die Getreidefarm. Dann der kleine. Dann die Burg erst. Aber da ist immer noch nicht okay. Kühlerei können wir auch fertig machen. Und da fehlt auch noch ein Turm. Äh. Kein Turm. Wovon rede ich da? Ein Stein fehlt. So. Dieser Song heißt Gently Onwards von Elephant. Aber man schreibt es E-L-P-H in T. Oder Elephant. Wie auch immer. Man schreibt es auf jeden Fall falsch. Und komplett groß. Soll irgendwie cool wirken oder so. Glaub ich. Einfach mal. Wenn sie meinen. Na dann. Ich meine Imp Gimp ist auch so ein super mega cooler Name. Deswegen sage ich da einfach nichts dazu. Nichts mehr jedenfalls. So. Da kommen wir natürlich auch noch nicht weiter. Aber hier kommen schon mal eine ordentliche Menge an Leuten runter. Kohle hat er gefunden. Das ist doch ideal. Mehr wollte ich ja nicht. Ich wollte hier nur Kohle abbauen. Kann ich natürlich nicht auf wichtig stellen. Ach Quatsch. Hier. Wichtig. Ja. Da kommt ein Soldat. Da kommt nicht nur einer. Da kommen einige. Okay. 38. Gegen. Weiß ich gerade nicht wie viele. Ich bin gerade mega zufrieden, dass ich hier diesen Turm gebaut habe. das glaubt ihr gar nicht wie zufrieden bin. Es fehlt hier eigentlich noch ein Lazarett. sehr schön. Coole Sache. So. Der hat Fisch, der hat nichts. Jetzt. Greift der nochmal an. Ne, noch nicht. Gold. Kohle. Mühle. Mühle. Bäckerei. Wasserwerk. Das wird alles noch gebaut. Warum? Jetzt nicht auf wichtig steht. Natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, wo ist die, wo habe ich die anderen Gebäude hingestellt. Da ist die Mühle. Wasserwerk. Ach, da ist die Bäckerei. Okay. Habe ich irgendwas, dass ich Pferde machen kann? Ne. Ich habe ein Glatzi. Ein Glatzi, aber der kann noch nichts. Der kann noch nicht dieses Geschenk. Mensch. Glatzi. So. Äh. Das ist der Geier, was der da mit mir vorhat. Ja, das sollen die Bogenschützen regeln. Ich finde es eher suspekt, wenn da so ein Priester allein auf einen zu marschiert. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch mehr Bogenschützen. Bogen, 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 Bogen. Kein Krieger in der Umgebung. Dann nehmen wir doch einen Krieger von hier unten und schicken den Krieger nach da oben. Da fehlt Kohle. Kohle. Da fehlt auch Kohle. Habe ich jetzt nicht vor kurzem erst Kohle gebaut. Da. Aber es fehlt mir ja auch an Nahrung. Und Nahrung für die Kohlemine wäre ja auch wichtig. Die hätten wir hier außen. Dann kommt wieder einer angerannt. Wenn das ihn glücklich macht. Und wir ziehen uns einfach ein Stück zurück bis hier hin. Zack. Mussten wir nicht mal was machen. Und damit würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. ...